guten morgen aus berlin möchte mich ganz herzlich bei martin bedanken und seinen genialen wirklich genialen bari bike ich hatte eine schwere schulterverletzung und habe jetzt immer wieder leicht mit dem bari bike trainiert ich zeige es euch gleich mal das ist die wundermaschine in verbindung mit dehnungsbändern die man bei decatfilm kaufen kann die man überall benutzen kann ob man spaziert oder nicht zu hause unterwegs während der arbeit pausen machen habe ich tatsächlich geschafft das schulter ecke linken dazu kräftchen und habe heute die erste große ausfahrt und bin begeistert und richtig glücklich vielen dank lieber martin für das kobe fahrrad es ist wirklich sportgeschichte und reha maschine zugleich es ist der helle wahnsinn vielen vielen dank und an alle mit fahrer vielleicht treffen uns mal in berlin im tiergarten ciao ciao tschüss sandro